Wir gehen rüber zur Startaufstellung, während die Kameras und die Fahrer in der Konzentrationsphase vor dem Start zeigen. Hier am Sachsenring ist alles bereit für den Start. Maximale Konzentration, denn es ist äußerst wichtig, beim Start nicht nach hinten durchgereicht zu werden. Wir gehen rüber zur Startaufstellung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020